Liebe Mütter des Plattengerichts und liebe Kinder der Mütter, ich bin's, euer Plattenanwalt Simon und ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Plattengerichts. Heute, anlässlich des anstehenden Muttertags, möchte ich über Muttertagsschallplatten sprechen. Ja, und das sind wertvolle Tipps, die könnt ihr vielleicht noch ein kleines spontanes Muttertagsgeschenk besorgen bis Sonntag und vielleicht mal der lieben Mama eine Platte schenken oder vielleicht eine dieser Platten zu Hause auflegen, wenn die Mutter zu Besuch kommt oder wenn die Schwiegermutter langsam gehen soll. Einfach mal eine schöne alte Muttertagsplatte auflegen. Und wir wollen uns heute in eine ganz andere Zeit begeben, nämlich in die zweite Hälfte der 60er Jahre. So alt sind nämlich in etwa die Platten, die ich hier heute dabei habe. Es geht also um Schlagerreste, Musik und wo kommt die überhaupt her? Ja, das ist schon für meine Sammlung eher eine Ausnahme, denn die habe ich damals von meiner Oma bekommen, die ganzen Platten. Ihre Sammlung, die habe ich genommen und auch inklusive einer 70er Jahre braunen Schallplattenspieleranlage. Alles nostalgisch, ja. Und in dieser Sammlung meiner Oma waren unter anderem diese Sachen dabei, auch viel so frivoles Zeug und Witzplatten und so. Also was ist halt in den 60ern und frühen 70ern sogar? Ganz kurios, wird vielleicht nochmal in der einen oder anderen Sendung hier vielleicht auch nochmal vorkommen, mal sehen. Das ist natürlich ein Thema, ja. Bitte, als Gag kann man das ja mal machen, so wie heute. Kommt mal ein paar schöne Muttertagsplatten hier vor die Kamera. Und ich erspare mir jetzt also aktuelle oder neuere Musik über Mutter, Mama am Coming, Home von Aussie oder so. Könnte man natürlich auch machen. Nein, wir reden heute über alte Schlagerplatten. Ja, wir fangen gleich mal hier an mit Name ist Programm, Rudolf Schock. Also, diesem Vertreter würde man doch vertrauen, oder? Das ist sehr, sehr schön gemacht. Hier ist schon eine Banderole dabei. Da steht dann auch noch drauf, der lieben Mutter. Ja, das ist doch, dann kommt die Geschenkverpackung gleich mit. Das war tatsächlich, da habe ich ihn halt dabei. Das ist eine deutsche Pressung. Ist aber undatiert, die ich hier habe. Es gibt die aber auch nochmal in der datierten Version von 1965. Ich denke, in etwa so alt wird also diese Platte sein. Denn es gab nur diese zwei Auflagen. Und dann werden die beide, denke ich mal, recht zeitnah miteinander gleichzeitig gepresst worden sein. Ist relativ schwer, die Platte. 160, vielleicht, ja, vielleicht sogar 180 Gramm. Schon früher in gefütterten Innenhöhen sehr möglich. Das war so damals schon Qualitätsarbeit geleistet. Ja, und was ist denn da so inhaltlich drauf? Es geht halt los mit dem Smasher. Mama, ich möchte noch einmal deine Hände küssen. Ihr kennt das vielleicht. Der kommt auch gleich noch von Heinch hier. Mama, du sollst nicht um deinen Jungen weinen. Die Originalversion, habe ich jetzt auch mal nachgeschaut. Im Text ist aber so. Mama, ich möchte noch einmal deine Hände küssen. Und ja, diese Textversion ist aus dem Erwachsenen, dem Blick des erwachsenen Kindes. Hier wohl eher des Mannes denn auch. Obwohl, das kann auch der Blick einer Freundin auch der Tochter sein. Das ist also hier ganz offengelassen im Vergleich zu Heinch hier. Das ist doch der Junge, der da singt. Also hier jedenfalls das erwachsene Kind, das zurückblickt auf die Zeit mit Mama. Und ich möchte das kurz zitieren, weil es so schön ist. Und gerade zum Muttertag. Mama, ich möchte noch einmal deine Hände küssen. Ich möchte mich so ganz bei dir geborgen wissen. Wie einst in schönen Tagen müsstest du wieder mir sagen. Und das ist jetzt so eine schöne Zeile. Wenn manche Menschen auch treulos sind. Ich will dich lieben, mein Kind. Ja, da trägt es. Also das ist so, das ist dann auch schon wieder der Zeitgeist, der 60er. Aber das ist alles noch ein bisschen härter. Und das ist traurig und schmerzhaft und auch so autoritär kalt geprägt, finde ich, wenn man sich das so liest. Mama, wenn mir an einem Tag die Sonne nicht scheint, dann denke ich nur an dich. Und an die Zeit, wo wir einst glücklich vereint. Und es geht auch um Trennungsschmerz. Ja, und dann Mama, an dich muss ich denken, an schöne Tage mit dir. Ich wollte dich niemals kränken. Alles verdanke ich nur dir. Also, der Dank, der Dank, der Dank an die ältere Generation. Und dann, entschuldigt mir, bedauert man nochmal, dass man was falsch gemacht hat und sich immer mal gekränkt hat. Und die Gedanken gehen weit zurück an meine Jugend voll Glück. Ja, das ist dann also immer so dieses, soll man sagen, wehleidige. Naja, jedenfalls dieses, ja, herzschmerzhaft. Und dann kommt auch der Frank. Also, das ist so. Und von ihm dann vorgetragen als Tenor. Also, er macht Tenor mit Orchester. Und versteht also den Text kaum noch, wie er das so vorträgt. Aber, ja, das ist also auf jeden Fall eine Platte. Kann man der eine oder andere auch mit vom Hof jagen. Dann die nächsten Liedertitel. Also, sprechen auch alle für sich. Oh Mutter, du, ich liebe dich. Und am Ort, wo meine Wiege stammt. Oh Liebestreues Mutterherz. Eine bleibt dir immer treu. In der Erinnerung Traum verloren. Mutterliebe, gute Nacht. Mutter, wie es daheim war. Das Lächeln meiner Mutter. Mutterlied. Die Sterne glänzen am dunklen Himmel. Lange, lange ist es her. Da habe ich dann Sehnsucht. Mutter, ich danke dir. Und der letzte Song. Mutter, ich weiß, was die Liebe ist. Ja, interessant an der Platte. Oben der Hinweis, auch Stereo, auch Mono abspielbar. Und dann interessant hier unten die Gebrauchsanweisung. Findet sich auf mehreren Platten zu der Zeit. Diese Schallplatte ist mit jedem modernen Tonabnehmer abspielbar. Die Wiedergabe von Stereo-Platten ist auch mit einem Mono-Abspielgerät möglich. Der Stereo-Effekt ergibt sich jedoch nur bei Verwendung eines Stereo-Abspielgeräts. Die Einstellung 33 Umdrehungen pro Minute. Zur Schonung der Schallplatte bitten wir Folgendes zu beachten. Schützen Sie sie vor Staub, Erwärmung und Feuchtigkeit. Bewahren Sie die Schallplatte entweder genau senkrecht stehend oder auf glatter Unterlage waagerecht liegend auf. Setzen Sie den Tonabnehmer vorsichtig ab und auf. Um Kratzer zu vermeiden. Zur Reinigung empfehlen wir die Verwendung von Antistatik-Tüchern. Spielen Sie sie nicht mit beschädigten oder abgenutzten Abtast-Saphir oder Diamanten ab. Abgabebedingungen. Ja gut, das kommt noch ein bisschen was zum Urheberrecht. Also dann glaube ich auch interessant. Oh gut, eine kurze, knappe Gebrauchsanweisung auf der Platte, wie man sie zu behandeln hat. Trifft im Kern eigentlich alles. Finde ich das immer sehr aufmerksam gemacht. Dann sind hier noch Liner-Notes zu dem Künstler Rudolf Schock. Okay, die sparen wir uns dann mal. Rudolf Schock, geliebte Mutter. Ein schöner Ausgabe. So, jetzt kommt der Klassiker. Ist klar, darf hier nicht fehlen. Heinchel. Ja. Das ist eine deutsche Pressung. Ah, wie ist das mein Kipps? Gibt das irgendwo anders auch noch mal gepresst? Jahrgang 68. Ähm, auch in 180 Gramm, 40. Echt schwer, wertig. Also zu dem Schock, ähm, vom Sound her ist das in Ordnung. Kann man gut hören. Das ist ein toller, das ist ein toller Klang. Also zeitgemäßer Klang. Also ist alles da, Orchester und so weiter. Gilt hier für Heinchel auch. Und ist halt auch nicht so überspielt. Also sind jetzt gar nicht, also sicherlich nicht 20 Minuten pro Seite erreicht. Also insofern, das ist auch ganz gut. Die ist sehr wertig. Nicht sehr, ja, wackelt nix. Früher schon, das war eine beschichtete Innenhülle wenigstens. Auch nicht schlecht. Und das hat man halt früher oft gemacht. Oder jedenfalls in der Samen und meiner Oma ganz viel. Da ist es einfach so eingeknickt, so ein bisschen. Damit es besser in den Karton passt. Finde ich auch gut, pragmatisch. Ja, hier ist halt, also das erste Lied, du sollst nicht weinen. Ich glaube, das hat der Schock ja auch. Oder hat er vielleicht gleich der nächste Künstler, weiß ich jetzt gar nicht. Und hier ist jetzt, also als nächstes Mama drauf. Also auch mal von der Rückseite vielleicht ganz kurz. Hier ist halt Mama drauf. Das ist ja sein, sein Gassenhauer Schlager. Also geht ja dann halt Mama, du sollst nicht um deinen Jungen weinen. Das heißt, das ist jetzt eine Perspektive des Jungen. Mädchen sind hier schon mal ausgeschlossen. Und dann, ja, ist das so aus der Perspektive, also auch der Trennung. Also ich glaube, der Junge, der gerade aus dem Haus gegangen ist, singt hier dieses Lied. Tage der Jugend vergehen. Schnell wird der Jüngling ein Mann. Träume der Jugend vergehen. Dann fängt das Leben erst an. Ist das jetzt eine Drohung oder ist das eine frohe Botschaft, dass dann das Leben erst anfängt? Ist das jetzt, jawohl, die Freiheit? Oder, oh ja, jetzt habe ich alles Sorgen selber an der Hacken oder was. Ich weiß nicht, wie das gemeint ist. Oben weiter ist noch eine Zeile, ja. Und bringt das Leben mir auch Kummer und Schmerz. Dann denke ich nur an dich. Es betet ja für mich, oh Mama, dein Herz. Schön umgetextet, ne? Also auch wieder sehr melancholisch, bisschen traurig das Ganze. Ja, und ansonsten sind hier halt auch noch ganz tolle Muttertagsklassiker drauf. Das geht also weiter mit, wenn ich eins groß bin, mit Mamatschi. Das ist auch, das finden Sie auch auf jeder zweiten Mamaplatte. Wenn kleine Kinder schlafen gehen, weißt du, wie viele Sterne entstehen? Was soll das eigentlich? Das ist doch kein Mama-Lied, ne? Okay, stimmt. Ist ja auch eigentlich gar keine wirkliche Muttertagsplatte. Das ist ja ein allgemeiner Heinchelsampler. Schwabenlied. Ich baue dir ein Schloss. Achso dann, Oma so lieb, ja. Oma so lieb, kennt ihr das Lied? Ich kannte das als allererstes von dieser Cabaret-Gruppe Geschwister Fister. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. 90er Jahre, glaube ich, insbesondere waren die aktiv. Da hatte ich mal so eine CD von. Ganz lustig. Wenn ihr die mal irgendwo seht, mal reinhören. Da haben die halt dieses Oma so lieb mal gekabbert. Wusste ich vorher gar nicht, dass das von Heinchels ist. Jetzt erst durch diese Platte. Zwei kleine Sterne. Wenn du noch eine Mutter hast und guter Mond, du gehst zur Stille. Ja, dann hinten eben wieder die Gebrauchsanweisung. Ganz identisch wie bei dem Herrn Schock. Ah, dann kommt noch ein ganz großer jetzt hier. Herr Peter Alexander, der darf natürlich hier nicht fehlen. Die ist undatiert. Ich weiß nicht, von wann die ist. Die wird aber, denke ich, auch zweite Hälfte der 60er sein, denke ich mal. Würde so die Sammlung meiner Oma so umpassen. Vom Zeitlichen her. Für dich, Mutter, heißt die. Ich weiß nicht, ob dieses Cover so freundlich willkommen aussieht. Gerade der Junge erinnert mich so ein bisschen an Shining irgendwie. Und auch die Tochter, die sieht so aus, als hätte sie irgendwas Schreckliches gerade sehen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Naja, da ist dann also die Rückseite schon ein bisschen freundlich an die beiden Kinder. Zusammen mit dem Papa, dem Peter. Peter Alexander. Hier das Vinyl auch wirklich wertig in wahrscheinlich 180. So mal eine Ariola-Label. Gefützt hat sie in den Höhlen damals schon. Schick. Ja, und was ist dann hier so drauf? Also, ein Gruß an dich, Mutter. Dann wieder Mamachi, der Klassiker. Wein nicht, Mütterlein. Dann der nächste Song nur Mütterlein. Der nächste Song Mutti. Der nächste, deine Mutter bleibt immer bei dir. Der nächste, Mama. Und nun bist auch du Großmama. Dann am Ort, wo meine Wiege stand. Hatten wir vorhin schon mal. Wein nicht, Mutter. Es gibt eine Frau, die dich niemals vergisst. Und gute Nacht, Mutter. Ja, das ist also... Das ist sicherlich... Kommt gut an am Muttertag. Und die mal auflegt. Der Peter Alexander. Und zum Schluss... Ja, so ein Sampler. Das ist also... Wenn man einfach von allem so ein bisschen was haben möchte. An meine Mutter. Da ist sogar schon hier auch das Geschenkband aufgedruckt. Ganz praktisch. Dann geht das nicht verloren. Oder kaputt. Und die finde ich bei Discogs gar nicht. Und ich weiß auch nicht, von wann die ist. Das ist nämlich auch hier nirgends drauf. Vielleicht könnte man es anhand des Polidor-Labels ein bisschen genauer eingrenzen. Aber wie gesagt, ich schätze so zweite 60er Jahre Hälfte. Das ist halt jetzt mal ein Sampler. Da haben wir auf der Rückseite einige Interpreten abgebildet. Aber das ist schon schön. Könnte auch fast als Weihnachtsplatte so... Na ja, gut. Also da ist halt Junge, komm bald wieder drauf. Von Freddie Quinn. Das ist schön. Finde ich ja... Ich habe gestern nochmal reingehört. Ich habe sowieso alle nochmal kurz reingehört. Nicht alle durch. Ich habe auch mal reingehört. Und das ist doch ganz, ganz schön. Er geht also davon raus, dass er jetzt zur See fährt und so. Und hat so ein bisschen diesen frühen Johnny Cash-Touch, das Ganze, finde ich. Auch von der Aufnahme und der ganzen Musik... 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 Also von der Musik... Instrumentalisierung, das habe ich besucht. Ja, und dann... Jetzt kommen hier wieder die Klassiker. Also Mama nochmal. Und zwar in dieser Textversion von dem... Herr... Ach, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Geschock, in der... Aber dann von einer Frau, nämlich Margon Eskens, gesungen. Dann kommt... Es gibt eine Frau, die dich niemals vergisst. Von Willi Schneider. Aber Maria. Mama Mia, du vergisst mich nicht. Ein Mutterherz. Könnte auch von Rammstein kommen vielleicht. Irgendwie so vom Namen her, ne? Deine Mutter bleibt immer bei dir. Fang nur dein Herz. Von Roy Black. Ja, der darf natürlich auch nicht fehlen hier. Mama, dann nochmal. Mütterlein. La Mama. Man gibt sich... Also international. Mamatschi kommt dann wieder rum. Und mein Mütterlein. Damit schließt dann dieser Sampler ab. Auch eine ganz schöne Sache. Ja. Liebe Mütter und liebe Söhne und Töchter einer Mutter. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe zum feierlichen Muttertag gefallen. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Und dass wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Euer Plattenanwalt Simon. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag.